Hey! Forrest! Na, wie geht's dir? Komm rein, komm rein! Ich hab deinen Brief gekriegt. Ah, ich hatte mich schon gewundert. Hier wohnst du also? Ja, es ist nicht besonders ordentlich. Ich war arbeiten. Es ist sehr nett. Und eine Klimaanlage hast du ja auch. Ach. Vielen Dank. Ich hab welche gegessen. Ach, ich hab ein... Ich hab ein Album gemacht mit Zeitungsausschnitten von dir. Von allem Möglichen. Da bist du... Ja, das bist du. Wie du läufst... Ich... Ich bin sehr weit gelaufen. Hab mir viel Zeit genommen. Hier. Forrest, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich... Ich wollte mich für alles entschuldigen, was ich dir angetan habe, weil... Ich meine, ich war... Ich war ziemlich kaputt und... Hey! Hallo! Na du? Das ist mein alter Freund aus Alabama. Ach. Hallo, guten Tag. Ach, äh... Nächste Woche hab ich ja einen anderen Dienstplan. Da kann ich ihn selbst. Aber... Hab ich doch gern gemacht. Ich muss los. Ich stehe in der zweiten Reihe. Wiedersehen. Danke. Das ist mein sehr guter Freund, Mr. Gump. Sagst du guten Tag zu ihm. Hallo, Mr. Gump. Hallo. Kann ich jetzt fernsehen gehen? Ja, kannst du. Aber nicht so laut, ja. Du bist eine Mama, Jenny. Ich bin eine Mama. Sein Name ist Forrest. Er heißt wie ich? Es ist der Name seines Daddys. Er hat einen Daddy, der auch Forrest heißt? Du bist sein Daddy, Forrest. Du bist sein Daddy, Forrest. Hey. Forrest, sieh mich an. Sieh mich an, Forrest. Du hast überhaupt keine Verpflichtung, okay? Du hast nichts falsch gemacht. Okay? Ist er nicht schön? Ich hab noch nie im Leben etwas so Schönes gesehen. Aber... Ist er klug oder ist er... Er... Er ist sehr klug. Er gehört zu den Glücksten in seiner Klasse. Ja, es ist okay. Unterhalt dich mit ihm. Was guckst du denn da? Ernie und Bert. Erinn. Untertitelung des ZDF, 2020